Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Metal Gear Solid, The Phantom Pain. So, zuletzt haben wir ja einige Nebenmissionen mehr oder weniger gut abgeschlossen. So, und nun geht es wieder zu einer Hauptmission. Wir wollen ja schließlich auch vorankommen in der Story, ne? Die Hauptmissionen sind ja eigentlich nur nebensächlich auch. Gut. Ah ja, hm. Personal. Wo haben wir den Neuankömmling denn? Da ist er. Level L. Ne, er ist ja schon da. Die ist immer noch unauswehbar. Ne. Wir müssen noch einige Leute haben. Gut. Gibt also noch nichts wirklich Neues. Was ist mit dem Typen, den wir ja eigentlich einfangen konnten, ohne dass wir ihn töten. Datenbank. Sammlung. Ne. 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 Ansehen können wir uns die Fotos nicht in groß ansehen, ne? Ein Bild. 종. Ja. Ne. Oh, naja. Es gibt also noch nichts wirklich Neues, oh gut. Helikopter, boom. Oh. Hm. Oh. 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 Hey. Blades. Wait a minute, that thing cost a lot of money. Okay. Das war's. 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 Oh, yeah. Jajajajajajaja Ja, los geht's Okay, Fahrzeuge haben wir nicht Bergleiter Nein, 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 nein Nein, 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 nein Mal sehen, was die Attrappe so bringt Können wir hier rein machen? Gut, ich glaube, das sollte reichen und los geht's Episode 8, Besatzungsmacht This mission has two objectives Eliminate the colonel's schedule to take up a post at Smasi Fort And stop the deployment of his tank unit Your first move should be to head to Sacre village And search for the colonel and his deployment plans So 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 Das war's für heute. Gut. Mal sehen. Oh wow wow. Achso, das ist hier vorne. Sieben Schuss, okay. Okay. Those kids. Okay. Uiuiuiui. Aber unten steht eine Fragezeit. Der hingegen hat kaum was. Okay, den soll ich mir aufnehmen. Vielleicht ist es auch derjenige, den wir umnieten sollen. Nein, kein Strike. Wieso Strike? Das hat er noch nicht markiert. Kann ich das wieder... Kann ich den Strike wieder... Nein. Soll ich da hier in der Zone bin, dann machen wir das wohl nichts. Wieso ist denn das überhaupt ausgewählt gewesen? Wo soll ich das denn wissen? Ach Gott, das sind nur Vögel. Ich wollte schon sagen, da kommt der Kampfjet oder so. und erledigt hier. Oh oh oh. 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 Oh, oh. 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 Toilette. Okay, hier geht es recht lang. Hier geht es recht lang. Analyse complete. 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 Die map hat sich verabschiedet. Komplett Woksen Intel file Extraction arrived at Mother Base. Mission info has been updated. The map has been updated. Boss, that document you just got is the deployment plans for the Smasi Ford reinforcements. According to the plans, the Colonel is supposed to join up with the tank unit of Woksen Barracks, and then proceed to Smasi Ford. Those tanks being on the move doesn't make things easy. Hurry, boss. I've sent the tank units route to your asteroid. the Smasi Ford and the Smasi Ford is or was FNJD. the Smasi Ford has been dropped so far. Das war's für heute. Das war's für heute. Unupdated Das ist der Begriff. Wir haben ihn gefunden. Hätte ich jetzt eben schon aufschießen sollen? Oder muss ich sie verfolgen? Okay, okay, okay. Ich hätte sie eliminieren sollen. Dass wir noch den Raketenwerfer. Detaute, das war mit dem Milen-Grennen. Kein Das ist das. Das ist der KB. Sieg auf den F Şimdi. Doch, es ist der KB. Das ist der KB. Das ist der KB. Die Brüder sind in der Flügel. Sie müssen in der Flügel kommen. Geh bitte auf. Stab, das ist der KB. Entfernt! Stab, das ist der KB. Stab, das ist der KB. Stab, auf geht's! Der Panzer fährt er aber ganz schön schnell. Na gut, ich glaube jetzt auch zu Fuß. Soll man das Pferd holen? Du kannst mich gar nicht bei diesem Sandsturm sehen, du Tracker. Ja natürlich. Ist ja nicht so, dass hier gerade... Was für Augen haben die denn, dass die einen Sandsturm sehen tun? Ich kann gar nichts sehen. Kann die überhaupt hin mit dem Panzer? Boah. Das hat keinen Sinn. So lange der Sandsturm erwütet, sehe ich gar nichts. So, jetzt kommt Zeit an. So, jetzt kommt Zeit an. Ah, die wollen da hin. Ah, die wollen da hin. Nein, nicht zu Toinette. Dann zu dem Ort da hin. Toinette war da gerade markiert. Ja, okay. So schnell wie möglich dahin, bevor sie weiterfahren. So schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Ja. Stopp, stopp, stopp. ok jetzt können wir glaube ich nicht anders oder oder können wir das ohne krach zu machen kann man das nicht ausschalten ist es zumindest nichts anders ok so ich erkenne dass er nicht weg läuft beträumt wenig sehr gut müssen wir den wirklich erledigen analysis complete analysis complete analysis complete So Is there another one? Na, willst du wollen? Is there another one? Was bringt, wenn wir ihn mitnehmen? Was passiert dann? Ich teste, versuch's mal. Vielleicht wird er ja auch in der Basis getötet. Kann ich eine Ausquetschung und Informationen raus holen? Ich glaube, lebendig ist er bei uns mehr als tot. In den meisten Fällen zumindest. Wenn man dann ja auch Informationen rauskriegt aus dem. So. Ey, jetzt hier, ja doch, ein Airstrike haben wir doch. Das würde doch vielleicht klappen. Der Colonel ist ja jetzt schon mal in unserer Hand. Na, komm. Scheiß Steine, man. So. Jetzt mal hochkattern. So. Okay, mal gucken. Und woher weiß ich denn so... oder klappt das nicht ich glaube das geht nicht oder stand dann noch was irgendwas besonderes es geht wohl nicht anders ich meine die sind bemannt anschleichen können wir uns bestimmt nicht das hätte ich gesagt c4 anbringe war na gut an 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 Los geht rum. Miriam Schreiber von Jürgen. Nein, in связi. Kaffee, Kaffee! Es ist ein Kaffee. Ich habe schon ein Kaffee. Schreiber nicht gesehen. In comes! Es ist das Kaffee? Nein, ich bin. Lass mich in die Schreiber. In comes. Entschuldigung. Good work. Just one tank left. Das ist Dmitriä 1. Es ist Kaffee. Aus regresieren. anos zu Globalisieren versuchten Sieg. In ici. Das ist ein Wettbewerb! Ich verstehe! Ich bin bereit für dieses Wettbewerb! Schnellen! Die schießen mit dem Mörser auf mich! Das ist ein Wettbewerb! Ein Klick! Nein, nein, nein! Quatsch! Ich doch nicht da! Das ist ein Blödsinn! Ich werde total bescheuert! Oh, Mann! Oh, Mann! Muss das jetzt sein? Los, weg! Okay, diesmal konnten wir uns leider nicht leise machen. Bei der Airstrike klappte sowieso nicht. Also, das heißt... Man kann nicht immer leise vorgehen. Los, weg, ja! Die scheiß Felsen! Oh, die scheiß Felsen sind immer. Oh, they're out. Gaining altitude. Buddy departing. Area of operations. Deporting. Sun will rise perpetually. Extraction arrived at mother base. Mission complete. Great work. Side ops list updated. Cool. Mm-hmm. Alright. Good. Okay. Oh, okay. Vielen Dank.